Moin Leute! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Human Fall Flat. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Da links von dir ist eine Tür. Ah, okay. Ah, hier ist wieder so ein Stein. Könnte ein bisschen dauern, Jungs. Ja, ich glaub an dich. Das ist... SPARTA! Okay, wartet, nochmal. Das ist... SPARTA! Okay, Jungs, SPARTA braucht ein bisschen. SPARTA! Ich komm, ich komm mal looten. Ich brauch deine spartanischen Kräfte. Okay. So, warte, ich greif hier... Das ist... PALDADO BAY! PALDADO BAY! Ne... PALDADO! PALDADO! Ja, aber Zombie ist ja dahinter. Ja, den holen wir jetzt. Zack! Oh, das hat geklingt. Ja, das war krass. Los, ich glaub an euch. Dauert nicht mehr lang, Zombie. Ich glaub, wir brauchen Zombie. Hä? Und... Sprung! Ah! Warte, ich halt's fest. Und du machst richtig Heckmeck. Äh. Ich halt die Tür schön straff. Okay. Ich halt das Schloss straff. Ja? Das ist unmöglich. Es ist wirklich ein bisschen... Leute, ihr könnt hier mich... Au! Okay! Jetzt! Huah! Und... Huah! Oh! Und... Aua! Ich brauch dir ne Hilfe. Okay. Dann... Okay. 1, 2... Achso, okay. Wir nehmen Anlauf. Wir nehmen von hier oben Anlauf. Oh, oh, okay, okay. 1, 2, 3! Los! Ich... Ich... Ah! Das wird nix... Hä? Warum geht das nicht auf? Hey, Leute. Hallo! Lass mich mal. Lass mal los. Mal gucken. Das Zombie ist... Und... 1, und... 2, und... 3, und... Es ist... Es ist... Ja! Es ist... Braucht man vielleicht nen Schlüssel? Vielleicht muss man das da oben kaputt machen? So will nicht. Wartet. Es... Es will nicht. Aber wir sind ja eh schon durch die Tür. Also müssen wir sie ja nicht mehr öffnen. Alle zusammen! Ja! Palt... Tardo... Bei... Power! Ja, ist kaputt. Ja, ist kaputt. Ja, ist geschafft. Ja! Sehr gut. So, haben wir auch nen Speicherpunkt. Müssen wir da hoch? Ich hab den Wagen... Oh Gott, der ist ja... Oh, ist ja gelenkig. Müssen wir nicht hier hoch? Äh, es gibt immer irgendwie so 5 Wege. Achso. Mit den Lampen hätten wir auch nicht unbedingt machen müssen. Es gibt hier andere Wege. Keine Ahnung, wo wir lang müssen. Oh oh oh, was hier draußen ist. Oh oh, hier ist lustig. Und Palle... Ja! Sehr gut, und wieder hochziehen. Oh oh. Und hoch... Sprung... Vielleicht kann man... Oh! Nein! Nein! Hilfe! Warte! Vorsichtig mal gerade. Alles gut. Und... Sprung! Hier! Ah! Hier war ein Paluten! Ja, warte, ich fahre hin, ich fahre hin. Ah, man hätte wahrscheinlich auch über das Dach an sich rüberkommen können. Äh, bin ich schon weit genug? Äh, ne, 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 du musst noch ein bisschen. Oh, man hätte ihn wahrscheinlich drehen müssen. Warum? Bin da. Achso, andersherum. Oh Gott, oh, jetzt ist er. Das sollte gehen, ich glaube an dich. Ja, sehr gut. Oh, Paulun. Oh, Paulun. Ja, ich hab dich. Ah, nee, ich hab doch dich nicht. Halt dich an meinem Kopf fest. Nimm meinen Kopf, nimm meinen Kopf. Ach, ja, 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 ich hab den Kopf. Oh ja, da haben wir Paluten. Kein Problem. Hi, ja. Und dann, baby da, wie ein junges Weasel. Ninja. So, oh, interessant. Oh, da können wir uns da vorne ranhaken. Ich versuche da ran zuhaken. Oh, äh. Da bin ich ja mal gespannt. Alter. Krass. Häng dich an mich, Paluten, ja. Ja. Äh, ich schwenke ihn mit dir. Ops. Hat nicht ganz geklappt. Ah, du bist auf dem besten Weg. Maudado hat hier ein Fass hingestellt, aber ich konnte mich... Warte, ich muss das richtig timen. Ja. Und ich komme jetzt zurück. Jetzt. Attacke. Oh. Oh. Ich bin abgedorzt. In die Stange gesprungen. Maudado bringt uns scheinbar Geschenke. Ich mach ne Barrikade. Der will mit uns hier wohnen. Danke. So, jetzt aber, Pidizel. Ich muss ja nur... Und Attacke. Festhalten. Ja. Ja, ich bin dran. Okay. Jetzt müssen wir nur irgendwie da hinschwingen. Okay. Okay, ich hab's nicht geschafft. Warte. Bei mir sieht's sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr viel Versprechen. Hüah! Ich bin auch da. Awww. Au. Au. Guten Tag, Sir. Oh, wenn wir bis zu der... Oh, ich hab das Ding ja schon weggemacht. Okay. Uuuh. Da drüben ist ein Katapult hinter uns auf der Burg. So, komm schon. Jetzt aber. Oh. Ich will zum Katapult. Ja, aber wie kommen wir da hin? Obwohl, mit dem Katapult kommen wir bestimmt hier hin, wo wir grad sind. Oh Gott. Und wieder runter. Guck. Wo habt ihr einen Katapult gesehen? Ah. Ja, da kommen wir nicht hin. Oh, doch. Von hier, glaub ich. Warte, wenn ich mich jetzt... Nein, 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 nein. Achso, okay, sorry. Bin schon wieder weg. Oh, Zombie. Ja. Von hier aus komm ich auch nicht hin. Oh, verdammt. Also, wieder zu dem Ding. Ja, ich hab immer viele gute Ideen. Und zwar machen wir das so, dass wir... Also, an die Stange würden wir immer noch kommen. Wir könnten es ruhig nochmal... Ja, ich würd... Ich würd Stange klicken. Stange. Oh, das war ein guter Try. Ich komm mit auf die Stange. Uuuh. Oh, viel zu weit oben. Viel zu weit oben. Ja, du kannst ja versuchen, ein bisschen weiter unten zu greifen noch. Oh. Hast du's geschürft? Ja, klar. Ja. Oh. Oh, ich hab ne Idee. Leute, nutze einfach meine meisterhafte Schwungkraft. Oh. Mach hier den Megasprung. Okay, wir haben ein Checkpoint. Also, falls hier runterfällt, kommen wir eh hin. Aber ich halte ne Stange hier noch raus. Oh. Okay, dann versuche ich Maudado damit zu fangen. Genau. Oh. Okay, Maudado ist auch daneben gefallen. Wir haben ne Stange. Sehr gut. Oh, ich will mit tragen. Hab's. Damit könnten wir das Brett da runterziehen über uns. Oh, meine Nasse. Meine Nasse. Oh, sorry. Zu tight. Danke. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Wofür könnte das sein? Wofür ist das Hamsterrad hier? Den Hamster. Das ist aber ein riesiger Hamster. Oh, das bewegt sich gar nicht. Aber wie ziehen wir uns dann da hoch? Ach so, das Brett geht runter. Ich zieh den Stein hoch. Ah. Mit dem Hamsterrad. Ich hilf dir. Ja, mach in die andere Richtung und ich stell mich drunter. Okay. Warte. Ich schaff's nicht. Dauert ne Sekunde. Okay. Genau da lang. Perfekt. Ja. Oh, ich hab's. Ein großer Stein. Guckt mal, Leute. Ich hab ein Brett. Sehr gut. Ich zerquetsche Tom, ey. Oh ja, ultra lustig. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ah. Ich will. Mehr. Jetzt legen wir das Brett drauf. Mehr. Mehr geht nicht. Ja, dann ist es wirklich wie ein Fahrstuhl. Ja. Hilfe. Einmal bitte erster Stock. Ja, ich. Ah, ich bin der Fahrstuhl. Komm mit. Wie war nochmal dein Name? Mr. Magic? Er ist Modado. Ich dachte, du bist Mr. Magic. Er ist Mr. Magic. Oh, ein Checkpoint. Ich kann mich umbringen, um zu euch zu kommen. Okay. Ja, perfekt. Oh, guck, da ist ne Rutsche. Wir müssen ins Haus rein. Ja, schnell. Ey, braucht ihr den Stock? Ich halte ihn nicht hoch. Ich brauch keinen Stock. Ich glaub nicht. Ich will, ich will, nimm ihn. Achso, ja, warte. Hab ihn. Dann kann ich mich jetzt umbringen gehen. Ja, ha, ha. Okay. Hallo. Hi. Da bin ich. Welcome back. So rutsch ich, ne? Ja. Rutschen, 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 rutschen. Wir wollen rutschen, 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 rutschen. Ah, drückt der VY, damit du noch ein Komplett-K.O bist dabei. Oh ja, Y. Aber warte, ich schieb dich. Genau, schieb mich. Hui. Oh. Hat nicht funktioniert. Ich hüb mal drauf. Dunk. Oh. No. Oh, du hast es so wirklich geschafft. Ah. Ich auch. Nimm meinen Kopf, okay? Hast du? Okay, ich lass los. Dankeschön. Der Typ nimmt seine blöde Stange mit. Ich will meine Stange haben, deswegen darf ich die auch mitnehmen. Auch wenn ich die jetzt durch das ganze Haus schleppen muss. Nicht in die Tür haken, böse Stange. Hier gibt es gar nicht weiter. Doch, wir müssen hier hoch. Hier hoch bestimmt. Ja, dann müssen wir die Stange benutzen vom Dach aus. Echt? Nicht eher das Brett? Kann das Brett sich in ein Seil einhaken? Klar. Oh Gott. Mist. Aber ich schaff's auch so. Und. Hippa. Ja. Maudado, ziehst du nochmal meinen Kopf hoch? Ach, das schaffst du doch allein. Hab deinen Kopf. Musst loslassen. Mach ich. Oh oh. Du schaffst das. Äh. Nein. Danke. Kein Problem. Oh. Zombie hat. Ah. Nein. Nein. Nein, Zombie. Ich brauch das was. Oh. Ist wieder da oben. Ah, perfekt. Ah, mit dem Fass macht ein A. Was macht man mit dem Fass? Sollen wir das da rüber rollen? Ja, ja. Sonst würd's da ja nicht wieder respawnen, oder? Ja, alles spawnt da, wo's war, wenn's ins Wasser fällt. Aber ich kann's mal probieren. Warte, soll's mal? Ja, aber es wird ja schon Sinn machen. Dann kann man von dem Fass hier so drauf und dann in das Haus. Aber irgendwie geht's halt... Ach so. Warte, ich roll's mal. Ja. Komm, ich... Nimm meine Hände. Ja! Ich hab's! Cool. Ich wollte eigentlich aufs Dach damit klettern, aber gut. Ah, hier ist ein Stück Mauer. Dann nutze ich das. So, warte. Äh. Komm mit. So. Die stelle ich hier ran. So, jetzt grab ich dich. Warte, ich muss dich bestimmt aufstellen. Äh. Bitte. Mr. Fass. Oh, oh. Nicht runterrollen. Äh. Oh, guck mal, Paluten. Ja, was denn? Guck zu mir hoch. Ha! Ich hab's geschafft. Nein, mein Fass. Und da rollt er. Und Modano macht ja gerade einen ganz anderen Weg. Ja. Wir haben irgendwie drei verschiedene Wege. Oh, nein. Ich versuch hier gerade. Ja, ich helf dir. Ich halte das Fass und du kletterst darüber hoch. Ja, genau. Einmal nach oben. Irgendwie halte ich unter meinem Bein gerade, aber egal. Höh? Hast du dich festgehalten? Jetzt. Und jetzt. Ja. Zack. Oh. Sorry. Jetzt und. Oh. Oh. Irgendwie kippt das ein bisschen. Warte, ich muss es nochmal nehmen. Oder denkst du, das ist so ein liegender Fass? Geht auch? Wenn du es festhältst, bestimmt. Okay. Dann einmal zick. Alter, Maudado. Lass uns hier unseren Weg gehen. Ja, lass ich doch. Ich fletter hier irgendwo. Oh, oh, Mann. Wieso? Sprich doch am... Hör auf, auf meinem Atem zu sitzen. Ja, ne. Warte. Okay, ich mach's nochmal. So. Ja? Elegant. Ja. Jetzt nochmal noch oben. Und jetzt? Ja, fehlt ein Stückchen. Jetzt vorher springen müssen. Okay, warte. Oh. Kein Problem, warte. Ja. Ich wollte es aber ein bisschen rückwärts, während du draufklitterst. Ja, sehr gut. So, und jetzt einen schönen Sprung. Ja. 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 Oh. Von Human Fall Flat. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Schaut bei Tomei und Maudado vorbei. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.